Die Gemütlichkeit, das ist meine Heimat. Es ist sehr bequem, würde ich mal sagen, hier einkaufen zu können. Diese individuelle Betreuung, gerade in den Geschäften, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Die Abwechslung macht es in Pörner einfach und dieses kleine, familiäre und halt das schöne in der Altstadt von Pörner. Dass ich in meiner geliebten Heimatstadt mich aufhalten kann, dass ich in den Gaststätten mich wohlfühlen kann, das macht das für mich aus.